Moin und dann hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft The Vault 3. Ja, wieder mit dabei ist der Schulz, der sich gerade versteckt hinter Justin. Moin. Natürlich der Justin. Justin. Hallo. Die Melina. Hallo. Und der Leon, der sich irgendwo rümmelt hat. Hat sich verpisst. Also, wie ihr gerade schon in meinem Inventar seht, wir werden jetzt anpflanzen. Wir haben jetzt alles hier fertig, auch was Hacken angeht. Und das sieht mega aus. Also, ich springe jetzt nur noch am Rand. Also, hier kommt der Zuckerrohr drauf und Bambus. Gut, würde ich mal behaupten. Fangen wir mal an. Melina, kommst du runter? Ja. Wollten wir mal sagen, dass da hinten das Lager mittlerweile auch schon fertig gebaut ist, ne? Kannst du mir ein bisschen geben? Nein. Warum nicht? Du, weil ich selber nicht genug habe. Das würde sowieso nicht reichen. Na, mach du lieber das nächste. Drei Felder machen wir damit. Äh, ich bin das erste. So, genau. Wir müssen auch dazu sagen, das wir entschieden haben. Letztens hatten wir ja, glaube ich, vier gehabt immer. Oder beziehungsweise dreie. Äh, an Feldern, ne? Ja, wir machen jetzt, äh, dreie davor hatten wir vier. Aber jetzt sind die Flächen auch größer. Genau, jetzt haben wir auch größere Flächen. Ne, Bambus direkt größer. Aber es ist bestimmt geil aus, wenn alles hier fertig bewirtschaftet ist, ey. Freu mich schon richtig. Ich hab keine Weizen, ne? Keine Sachen. Ich kann gerade noch aus dem Server ausgeworfen. Okay. Allmelee wurde gerade kurz rausgekickt. Steht zwar noch drinnen bei uns, aber... Aber ich komme wieder rein und helfe euch weiter. Äh, Tasten? Hab leider keine. Ah, jetzt eben. Tasten? Was? Könntest du eventuell, äh, mal so 20 Laternen vielleicht noch machen? Äh, keine Ahnung. Wenn du genug Eisen hast. Ah, gut. Okay. Ich hab gerade mein ganzes Eisen hier für Laternen verbraten, ja. Melli ist irgendwo im Stein drin, auch nicht schlecht. Ist ja, stimmt. Schild. Was hat Leon da hingepackt? Keine Ahnung. Was? Das Schild. Ah, ich wusste nicht, dass wir anderen drin sind. Cool. Also, ich hab fast 7 Stacks verbraten. An einem Feld. Ja. Ja. Ja, müssen wir nach und nach dann machen, ne? Ist halt so. Ja, Melli fängt jetzt gerade das dritte an. Oh, ich hab glaube ich irgendwann... Das macht man mit Eisen singst, ne? Mit Eisen, ja. Bei mir steht es immer noch hier unten. Also, bei Melina schon wieder das Internet, was reingekickt. Oh, da hast du noch keinen Eisen mal. Druck doch. Ich hab... Ich muss Fackeln holen noch mal, aber ich hab hier nicht Fackeln. Ach so. Aber sonst Eisen hab ich kein Problem. Lass mal hier. Ich hab hier irgendwo Fackeln noch drin, aber ich muss mal gucken, wo ich die hab. Ich hab noch Space-Dex. Okay, okay. Ja, ja, warte mal. Ich glaube, es müsste schon reichen. 13 Stück. Ja, hier. Ich kann... Ich mach's so. Ich werde hier. Ich hab mir noch Brackern gefunden. So, hier. So, wir sind... Ja, hierbei sind Samen rausgegangen. Jetzt sind Samen hier. Bei mir. Bei Melina sieht man hier hat schon die Matrix ausgetrickt. Die Matrix ausgetrickst. Äh, die Matrix. So, wir werden noch mal kurz nach Hause. Das ist ja auch noch in dem Video machen, kannst du dann mit Anpflanzen, ähm, Standort machen. Auch da wieder für die Karate. Ah, ja, ja, ja. So, jetzt sind wir auch drauf. Kann man auch kein mitnehmen. Ich war noch bei jetzt ins Hause, falls du brauchst. Na, bei jetzt einen Samen brauche ich. Ja, die mancher. Ja, die nehme ich gerne. Die brauchen wir. So. Karotten haben wir ja wahrscheinlich noch keine. Halt. Wer lohnt. Wer lohnt. Wer lohnt. Wer lohnt. Wer lohnt. Und du, Schulz, äh, ich werde es erst machen, wenn hier der Eingang richtig steht. Was? Wegen dem, äh, Schild. Ach so, ja. Ja. Oh, die gleiche, die will es jetzt schon wieder. Oh, das andere hat mich so an. So, das waren jetzt Kartoffeln. Das waren jetzt Rüben. Rote Beete, eher gesagt. Hä? Was denn? Er hat mal eine Saga zeigen, wenn die. Ja, Moment, schau ich gleich. Erstmal hier die Lücken, die ich gerade aus Versehen gelassen habe. Erstmal wir voll machen. Äh, Bambus habe ich vergessen mitzunehmen. Habe noch genug zu Hause. Ich habe noch fast anderthalb Seck. So, das ist unser kleines Lager hier wieder. An diesem Morgen haben wir mehr Kästen drin, habe ich sehe ich gerade. Ja, ist ja nicht schlecht. Oh. Dunke. Wo muss ich noch gehen? Ich muss noch ein kleines Lager holen. Ja, ich hole meine. Tue erst mal kurz anpflanzen hier und dann. Weil ich jetzt mit hab, deswegen frage ich ja. Ne, ich hab's jetzt nicht mit, aber ich hole da meine gleich. Bambus. So. Äh, Schulzi, wo wollen wir Melonen und so weiter anpflanzen? Mal so gefragt. Ähm. Kannst ja gleich mal raussuchen. Nimm den Zuckerrohr, würde ich sagen. Ja, dann such mal raus. Halt, da war nicht Bambus drin, hier ist Bambus drin. Anderthalb Seck habe ich. Mach mal erst mal noch Haiebubu. So, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt auch hier eine kleine Karte gemacht. Für die eben. So, das sind Kartoffeln hier noch. Ah. Habt ihr jetzt am Weizen und Samen alles drauf? Äh, soweit ich will, wie es ging, ja. Okay. Äh, ich hab noch den Steck bei mir gehabt. Na dann, leck los. Warte mal. Ach, der hinten fehlt noch. Ach, der hinten fehlt noch. Ach, der hinten noch. Ah, es sind drei Felder damit. Genau. Nur, damit du Bescheid weißt. Na ja, ich sehe's. Das vierte Fett war Kartoffeln. Das habe ich zu spät gesehen. Ah, ey, genau noch einen Weizen Samen hat gefehlt, ey. Geil. Ah, mies. Das ist mies, Alter. Alter. Das sieht so geil aus mit dieser Laternen hier. Wenn da alles wieder voll gewachsen ist hier, Alter. Äh, Justin, kannst du trotzdem noch bitte dein Bambus holen? Mir reiht, mir geht der Bambus aus. Habt auch zu wenig Bambus. Oh, Zuckerrohr hab ich auch keins mehr. Geil. Ah, willst du hier anpflanzen dann? Hinten beim Lager wie? Äh. Äh. In der Mainzbitt vorbei. Was fangst du jetzt an? Melonen und Kürbis. Genau, genau, genau. Gut. Diejenigen, die grad nichts zu tun haben, wir treffen uns gleich mal bitte hinten beim Lager. Ja, diejenigen, die es leichter haben mit dem Springen. Also Melly, du nicht. So, ich geh nur noch ein paar mehr Kerne holen. Ich steh'n bei der Farm, oder? Na, hinten bei äh, äh, bei der Farm beim Lager, ja. Ich bin auch dabei. Da treffen wir uns gleich. Ich staune immer wieder, wie viele goldenette gedroppt werden, wenn du die Bäume ausgebaut hast, ey. Ja. Ich hab auch schon wieder ein Stück hier. Zwei, zwanzig, zwanzig, ich geh in der Falle bestimmt schon zuhause, äh, in der Kiste drin, eigentlich. So. So, ich bin gleich unten. Der Lager ist aber leer. Ja, ist egal. Warum sind hier so Klingisten? Egal. Na, ist das Lager, Melly. Wie man einfach niemanden da hinten sieht. Ah, jetzt sieht man mal Justin. Ich bin im Lager drin, ich steh' auf die Kiste rum. Äh, alles gut. So. Das tun wir noch schnell anpflanzen. Ja, das reicht. Kriegst du sogar noch was wieder. Hier, so. Warte, hier. Und hier. Das ist jetzt nicht grad nicht schön. Hm. Phambus setzt doch echt schnell, dass wir nicht echt krass. Ja. So, äh. Also anscheinend hat der Poster grad just zur Zeit. Boah, mehr oder weniger. Aber ich nehm' mir immer die Zeit. Gut. Seht ihr hier den Mittelstreifen? Äh. Hier. Und. Ja, komm. Hier. Einmal komplett bis hinter. Was? Erde machen? Ja, Erde. Genau. Das wird dann hier wegen den, äh, Samen. Kürbis und Melone. Die Fläche, wo's dann hinwächst. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Was? Felder kaputt machen? Ja. Doch, sieben. Achtung, wie nicht das funktioniert, aber egal. Ja, ist egal. Man könnte auch zwar jetzt den Block draufsetzen und fertig ist, aber... Ey! Benni, schopf mich nicht. Wer hat mich geschobst? Du hast mich geschobst. Ja, klar. Nein, nur leid. Aber bitte nicht daneben springen, das wäre sehr freundlich. Äh, ne, tatsächlich hab ich das noch nicht geschobst. Du hast mich aber daneben geschobst. Ja, ob die kann draufzuspinnen. Ja, oder man macht so wie Justin. Einfach mal einen Block draufsetzen. Oh, jetzt hast du da. Ja, aber ich habe ja noch eine Hacke einstecken. Jetzt ist nicht das Problem, da war ja auch noch nichts angepflanzt. Na gut. Ich hab's gemacht wegen der Lampe, weil die Lampe unter der Lampe kann man ja nicht springen. Ja. So, also ich hab jetzt keine Kerne mehr richtig außer Radkürbis. Ich kann in dem einen Dorf nochmal holen gehen, da wo ich erst war. Da sind auch noch Kerner und so. Äh, wenn da Karotten sind, die kannst du mal mitbringen. Ja, ich geh mal schnell schauen. So, das, ja. Jetzt seh ich hier raus, aber nicht mehr durch. Ah, ich glaub das vor Rote Beete. Ich geh mal schauen. Karotten. Milonkarotten. Haben wir sogar noch zwei Felder übrig, wenn man es so sieht. Da können wir sogar Kartoffeln oder so mehr anpflanzen. Obwohl ich sogar glatt behaupten, oder? Dass wir Kartoffeln noch eine Reihe mehr machen. Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, da. Aber zwei Reihen, je nachdem. Ja. Boah, Karotten denn noch zwei Reihen, das ist ja auch egal. Ja. Soll ich mir noch etwas helfen? Nee. So. So. Also Karotten ist ja wenig vertreten in den Dörfern, oder? Ja, mittlerweile ja. Habe ich aber auch festgestellt. Hey, er grüßt jetzt nur Weizen. Weizen und Ballonen. Aua. Boah. So. Weizen wächst jetzt erstmal. So. So. So, dann habe ich jetzt mal alles angepflanzt, was wir haben. Ne. Ah. Ne, nur Melonen und Weizen ist hier an dem Dorf. Naja. Das brauchen wir jetzt nicht gerade. Ne. Ich habe keine Treppen. Also ist es gerade nicht hier. Ja. Ja, dann lassen wir es doch noch machen. Na warte, ich hole schnell welche. Oder sonst. So. Also ich weiß ja nicht, ob Dominik bei sich im Haus dann noch ein paar Samen hat. Wenn ich es mal gucken würde. Ich bin ja gar nicht auf dem Server. Äh, weil er gerade nicht kann. Ja. Weil er heute nicht kann. Ja. Ist ja nicht schlimm. Ja. Aber hat er ja wenigstens bestellt gesagt. So. Dann haben wir das auch fertig. Pfff. Komm mal runter. Pfff. 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 Ich fresse. Aua. Pfff. Absoluter Profi, du. Das war jetzt mit Absicht. Ah ja, ja. Das war jetzt wirklich mit Absicht. Du wirst keiner ausreden diesmal. Ja, ja. Hätte ich das auch gesagt. Ey. Das war klar. Es wird doch wieder Ja ja seien. Na, zu langsam? Anscheinend ja schon, ne? Hihi, da ist ein dunkel hier drinnen. Ah, tu mal um kurz die Appeln in den dunklen Echofahrzeugen. So, bitteschön. Oh. Es ist sogar mehr zu uns bei geworden. Oh, ne? Joa. Oh, ist doch. Ähm. Hab ich ja noch schneller gemacht. Scheiße. Ah. Ist gut. Äh? Was denn du? Ja, ich bin eventuell immer ein bisschen spazieren gegangen und äh... Ja. Hast du jetzt unten kaputt gemacht, oder was? Ja. Hast du unten kaputt gemacht, Melli? Äh, ne, ich hab mich mal rausgeguckt. Ach so. Na dann. Warte, geh mal bitte. Na, Luca. Wenn sonst nichts weiter ist. Ja, ich hab dich mal rausgeguckt. 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 vor einigen tun wir dann ausgehen dann die tage und sei mal am nächsten fall das ein produkt und ich sagen aber auch nicht ganz cool halt man kommt so rein kommt man hier in den gang rein blub 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 das gucken wir dann wenn dann alles hier bewachsen ist das wird man gerade so noch so gut damit würde ich sagen endet unsere folge ich hoffe natürlich hat euch gefallen und das habe ich auch aber nicht abonniert doch gerne diesen kanal aktiviert die glocke so auch noch die cd haben aber keine angst ja schaut doch gerne auf instagram vorbei mit ist natürlich unten in der wiebeschreibung genauso wie vom justin von allen anderen mitspielern auch genau irgendwelche kanäle ich bin der benni und sage ich bin raus tschau 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 tschau